Sehr schön, einmal ein Lubin geflogen, kommen hinterher. Ja, und noch? Junge 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 Na rechts Sehe ich auf rechts. Sehe ich auf links. Ah, hier ist noch eine BV. Oh ja, wir müssen hier drei BVs. Guck mal, ob da in die Mitte geht. Irgendwann war hier doch ein Jet. Ja. Alt war das noch? Enter. Enter? Oh. Ich glaube, der hat es kapiert. Da fliegt schon irgendwie Mitte an. Ja, der kommt. Privatier. Also scheiße, ich habe natürlich wieder die Basis genommen, die ja am nächsten an gegnerischen Flugzeugen ist. Voll intelligent. Ja, ich werde beschossen. Wer macht denn, der beschießt mich hier. Alter! Wie kann ich mich umgucken, Ossi? Philippus Markus hat mich beschossen, Junge. Das ist einer von uns. Wieso schießt der auf dich? Das weiß ich doch nicht. Weil er ein Vogel ist. Wie kann ich mich umgucken? Ich werde auch beschossen, ich bin raus. Ähm, C gedrückt halten, dann kannst du dich umgucken. Äh, ich bin raus. Dein, hat's gelohnt. Wann ich Punkte? Der Pop, alter, wo ist denn der hin? Wie ist der? Philippus. Markus. Das kann doch ähnlich sein, der das gewesen ist. Das war die Gegner hinter mir und der war irgendwie 0,6 Kilometer hinter mir. Du musst da einen Besuch kriegen. Weg, weg, weg. Ja. Verdammt, du hast dich gespammt. So, ich versuch dich mal. Bisschen solche Stücke weg von hier. Wolltest du mich covern? Ja, du kriegst dann gleich Besuch von zwei Leuten. Soll ich meine Dudes loslegen hier? Obwohl, ich geh jetzt mal so unten auf die U87. Nee, ich hab meinen Heck verloren, Junge. Ich hab recht. Wenn du steuern Fallschirm! Eieiei. Da bin ich schon wieder bedient, wenn man solche... ...absoluten Oberpros... Also, mein Flugzeug ist schon in einem Eimer. Ein Anflug und meine Motor ist im Eimer. Kann ich wieder zurückfliegen? Das ist schlecht. Das wird dann irgendwann mal ausfallen. Wo ist denn unser Flugwagen? Ja, ja, ne? Das ist jetzt unter mir hier. Guck mal. Blick einfach weiter. Das muss man sehen. Ich sehe ihn nicht. Blick weiter. Über den... Wenn das Wasser zu Ende ist... ...kommt der Flughafen. Mein Motor... ...kick einfach am Wasser lang. Oder links an dem Berg vorbei und dann ist er rechts. Unten, also hechtig, ich muss runter. Ja, wo ist denn sonst der Flughafen? Nee, das ist oben in den Wolken. Junge, du musst hoch. Was ist denn die Luft? Aber da fängt ein D2-17 rum. Ja, das kann man nicht ändern. Alter. Also, hol ich mir die aus. Mach das. Wenn ihr mich hinter uns die Basis verstirbt. Und ich habe Öl von 6, 7 und 8, 8 Grad. Ich habe auch meinen Motor kaputt, Junge. Ich folge dir zum Glück auf. Mein Wasser kocht bei 8, 9 Grad, Junge. Ich kann den Nudeln durchsetzen. Jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Der brennt. So. Oh, landet das Flughafen. Ich habe ihn so stark. Very good. Gas rausnehmen. Langsamer werden. Ich bin viel zu schnell. Alter. Klappenlandung habe ich jetzt. Junge, mir landen entgegengesetzt, ne? Ja, und? Lande du mal auf der rechten Spur. Und ich lande auch. Ja, Alter, und hier links. Genau. Aber ich hoffe, ich bin eh zu schnell. Ich muss nur schießen, damit ich flank immer mehr. Ich bin völlig ausgedessen. Ich hebe ab. Ich habe alles zerstört. Ich bin viel zu schnell. Alter, hier steht einer. Schießen, schießen. Ich bin immer noch 100 km schnell. Alter, ich muss durchstoppen. Ja, die geht ja viel. Alter, Premium Landung. Alter, jetzt bin ich viel zu langsam. Nee, ich gehe keine Wände mehr hin. Oh Gott. Oh Gott, hier ist ein Berg. Ich werde sterben. Ich werde wirklich sterben, ne? Weil ich so doof bin zu landen. Ich bin gestorben. Oh Scheiße. Oh, nee. Kannst du dir keinem anbieten. Das war Nubigkeit in ihrer größten Ausprägung, Junge. In Perfektion. Ich war einfach in meinem Anflug viel zu schnell. Dann war der Motor so kaputt, dass er nicht mehr genug Gas auf dem Grunde hat. Ich bin nicht heute auf dem Grunde hat, damit ich durchstoppen konnte. Und dann in eine vernünftige Wende fliegen konnte. Er hat ja auch mal alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht, Ossi. Fehler wurden begangen. Das ist mir auch glaubt. Äh. Fällt nichts aus, das Flugzeug. Andere Schaff, 98 FPS. 990. Ich bin so ein Bob. Was machst du? Ich habe eine Jürge abgeschossen und habe mich dabei sehr viel geschätzt. Dann ist es lauf. Boah. Nee. Was tue ich hier? Das kann ich bestimmt nochmal toppen. Jetzt schieße ich Ender und uns ab. Pass auf. Hau ab. Jetzt bei euch noch mehr Mist. Hau ab. Nee, ich nehme Philippus Markus. Mist ja. Da hinten ist er, Junge. Bf 109. Nee, mache ich nicht. Alter, kriegen die das so drin? Die sind so zweit, oder? Du meinst bei der H112? Ja. Ja, gehen sehen. Ja, 38 ist. Wo will die hin? Das ist ja kein Teil. Kommt auf mich zu. Komm raus. Bf 109 kommt auf mich zu. Erdlich? Nee, der fliegt unter mir. Der kommt auf mich zu. Du hast doppel Besuch. Das ist scheiße. Junge. Du hast keine Zeit unter mir. Habt ihr doch nicht mehr eingeladen? Oh shit. Oh shit. Jetzt hab ich ein eierendes Flugzeug. Ich bin raus. Alter. Du hast dich wenigstens nicht selber gekillt wie ich. B-100. Was? B-4? Alter, nee. Was ist das für eine Scheiße? Jetzt gibt's in der Fresse. F... F... FW-190-A1. Jetzt gibt's in der Fresse. Alter, hier fliegen... ...fünf Flugzeuge um mich herum. Was ist da abschief? Die wollten alle ein Stück. Dann nehmt der Kenner durch die P-400 raus. Ja, und der Sieg gehört uns. Jetzt ist das... Warte, wenn man explodiert hier will. Ist die FW-190 dort unten? Ne, das sind zu viele dann. Lange, C gedrückt. Ah, alles klar. Lange, C gedrückt halten und dann kannst du dich mit der Maus abgucken. Ja, sehr klar. No, easy peasy. Oh. Und abdrehen. Oh, dass der mich nicht unter Beschuss genommen hat. Den ich gerade vor den Flügel geflogen bin. Ich dachte, jetzt bin ich dran. Ich bin dir Hilfe gebrauchen. Ich dachte echt, ich bin volle keiner dran. Ja, zwei hinter mir. Alter, hier fliegen... ...ist man sich erst mal hinkommen. Freu mich, ja. Ah, ne, doch nicht. Ja, schön. Ebener Lubin geflogen kamen hinterher. Ja. Na ja, hat noch. Junge, das ist doch... ...neueste Trick überhaupt. Damit hat er nicht gerechnet. Ich hei. Das ist wie rechts blinken und links vorn. Aber geil, das kommt von flammenden Seiten am Auspuff raus. Ja. Geil. Ich bin ein bisschen in der andere Graphik wie auf der Playsee, wa? Ja. So, Angsthause-Spiel. Rechts oder links? Nee, 410, Alpacke. Vor allem hast du nur deine Flügel ange... ...angestellt. Ja. Rex Regal, Junge. Das ist William Regal, sein Bruder. Alter, B25. Ich muss das mal auf die Folge kommen. Dann kriegst du ne, Junge, da 7 Kilometer weg. Sechse. Jetzt nicht mehr. Den krieg ich. Das ist noch vorn. Da kommt es auf mich zu. Woher ziehe ich denn? Ach, da greift du die Schiffe an. Das ist ja Logo. Das ist schon ein Geiser. Das ist ein Knall-Wiebel. Jo. Siegt er seine Runde? Scheiße, sind wir getroffen. Hab ich. Also, sind voll geil. Die haben auch die, ähm... Ähm, die Waffen-Sounds teilweise geändert. Wo ich Funzi im Ostwind hier in der Flak gesessen hab. Alter, was da hat Knallen. Muss mal nachladen, bekommen wir Munitionen. Halt noch was. Räumen voll gestört. Die beiden großen Schlachtschirren gehen kaputt. Oh, die sind fast alle, dude. Was ist denn los? Ich bin los. Jo, jo, jo. Wollen wir abholen. Also, hier ist Philippus Markus. Ich könnte mich nicht mehr rechnen. Nee, der ist down. Scheiße, ich komme nicht mehr an Schussrechweite von irgendeinem Gegner. Wir sind gleich durch. Oh, der Kriegständer hier. Die BF. Kriegständer. Nur die P-47. Ja. Den krieg ich noch. Jawohl. Aber ja, den könnten wir ohne Waxnaggeln. Treffer haben wir bloß gesetzt. BTF. Jetzt, sauer. Die, motherfucker, die, motherfucker, die. Sorg. Au. Au. Alter, scheiße. Was war denn das jetzt? Da habe ich ja mal richtig geil gezielt. Schläge los, hä? Alter, haben wir auch noch. Ah. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Beste Staffel, Junge. Jawohl. Nur mal angsthause spielen. Komm her. Wo bist du? Na ja, war eine schöne Runde. Ich habe mich eingeschossen mit Fliegern. Wieso bist denn du, Ernster? Na, weil ich... Ach, weil du... Alter, was ist denn jetzt für eine Witter? Ach, weil du wieder das falsche Flugzeug. Weil du Basisschaden gemacht hast. Ich fuhr schon wieder das falsche Flugzeug. Ich muss da wirklich in Zukunft mal aufpassen. Ne, und weil ich vielleicht mal 10 Leute rausgenommen habe? Hä? Wie war es damit? Alter, ist... Das habe ich mir seit Jahren nicht angewöhnt, aufzupassen. Welches nutzt du dich, Herr Forster? Das versau ich immer wieder. 6.000 Modifikationsforschung, 2.000 Fahrzeugforschung. Geht mir auf den Sack. Oh, schönes Ding. Lief gut. 7.500 Geld extra gekriegt. Der 294. Der 294. Erste Staffel. Wie ist das? Jo. Halt. Sieht mir gut. Halt. Und profesional hat immer. Sieht mir gut. Begelt.